Dieser Künstler hat ein unglaubliches Talent. Sehen Sie, er legt eine Gabel hin und die macht die Haare dieses Mannes. Denn eigentlich ist dieser Mann nicht einfach nur ein Zeichner. Zunächst zeichnet er Dinge, aber dann ergänzt er seine Kreationen mit Schatten. Sehen Sie, mit diesem Magneten macht er den oberen Teil seines Gesichts. Aber das Beste seiner Werke, das das Internet in Aufruhr versetzt hat, ist diese Zahnbürste. Er setzt sie auf, um die Laterne fertigzustellen und schaut sich das Ergebnis an. Die Zeichnung wird dann super realistisch und wunderschön.